Hallo Zürich! Wir kommen zu euch in die Schweiz und wir freuen uns schon total, denn am 26.09. in diesem Jahr ist es soweit. Ja, ins Zürich-Hallenstadion. Da werden wir mit unserer neuen Show Dream & Fly auftreten. Mit unserem Helikopter werden wir aus dem Nichts erscheinen. Wir werden das größte Süßigkeiten-Glas der Welt hervorzaubern. Und mit diesem goldenen Lamborghini fliegen wir durch die Lüfte der Arena. Es wird ein großes Spektakel. Sichert euch jetzt die besten Tickets. Das dürft ihr nicht verpassen. Es wird Hammer! Und ich bin auch wieder mit dabei. Einer muss ja diesen Karren fahren.